Die Kavallerie ist da. Mitch hat ein paar Aldecaldos gerufen. Alles sicher. Uns hat niemand auf der Straße gesehen. Aber wir sollten trotzdem verschwinden. Was hast du mit ihm vor? Ich muss ihm nur ein paar wichtige Fragen stellen. Dann hoffe ich, dass du ein paar wichtige Antworten kriegst. Saul. Hier ist alles erledigt. Alles sicher. Hab gehört. Mitch verdankt ihr sein Leben. Vee und Panam. Die beiden haben einen Arsch zusammen gerettet. Ich hoffe, er war es wert. Saul, ich hab versucht, Scorpion zu warnen. Aber er... Vielleicht kann ich irgendwie helfen? Ich glaube, du hast genug getan. Ich wollte ihn aufhalten. Na klar. Dreh dich einfach um und scheiße auf alles. Darin bist du ja der Beste. Nicht wahr? Hör zu. Das war wirklich nicht Panams Schuld. Pass auf. Du und ich. Wir sind keine Freunde. Außerdem hat dir noch nie jemand irgendwen beschuldigt. Ja, klar. Panam hat mir nur geholfen. Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre der Evi nicht abgestürzt. Und Scorpion und seine Leute wären nicht hingefahren. Das ist die Wahrheit, Saul. Ein Aldecaldo ist immer für sich und seine Leute verantwortlich. Die Umstände ändern absolut nichts daran. Vielleicht sollte Panam sich fragen, ob sie noch ein Aldecaldo ist. Ich will mich ja nicht beschweren, aber was macht ihr hier? Saul. Er kam mit den anderen. Wir haben uns um die Toten gekümmert und ich hab ihm erzählt, was passiert ist. Er meinte, wir sollten euch folgen. War besorgt, dass euch was passiert. Dass Panam was passiert. Saul? Hör zu. Vielleicht versteht ihr euch gerade nicht. Aber du gehörst zur Familie. Und Saul würde alles für die Familie tun. Ich frag mich halt, ob ich echt noch zur Familie gehöre. Das weißt du genau. Komm zurück. Versteh schon. Tut mir leid, dass eben. Manchmal wird's bei uns ein bisschen überdramatisch. Aber ich klär das schon. Und du pass auf dich auf, okay? Und? Was jetzt? Zurück nach Night City? Ja. Ich meine, glaub schon. Ich muss mal ein bisschen nachdenken. Über alles. Saul, Mitch. Sie behandeln dich wie ein Mitglied der Familie. Gib ihm doch noch eine Chance. So einfach ist das nicht. Ist es in keiner Familie? Sie kommen. Ihr habt eine Minute. Hauen wir ab. Ich verziehe mich auch. Pass auf Scorpions Motorrad auf. Ist jetzt deins. Hey. Wo bin ich? Was ist das hier? Ein Motel. Mitten im Nirgendwo. Welches Nirgendwo genau? Spielt keine Rolle. Du wirst hier eh nur in Begleitung rausspazieren. Warum sind wir hier? Ich will über deine kleine Erfindung reden. Den Biochip für Arasaka. Na gut. Aber ich will erst etwas wissen. Du wurdest nicht von Yorinobu Arasaka geschickt. Nein. Das bedeutet, du musst ein Angebot für mich haben. Wenn dein Boss mehr als Kang Tao bezahlt, dann können wir reden. Kleines Missverständnis. Es gibt kein Angebot. Was willst du dann? Ich habe Silverhands Konstrukt in meinem Kopf. Ich verliere buchstäblich meinen Verstand. Und es wird noch schlimmer werden, wenn ich es nicht entferne. Davon stand nichts auf den Werbeplakaten. Nicht mal kleingedruckt. Silverhand? Konstrukt? Das ist unmöglich. Wo hast du diesen Biochip her? Ich habe ihn Yorinobu Arasaka gestohlen. War ein Job, aber die Klientin hat mich hängen lassen. Und du dachtest, der beste Aufbewahrungsort wäre dein eigener, gottverdammter Kopf? Ehrlich gesagt war die Idee nicht schlecht. Das Konstrukt hat mich rebooted, als sich mein Kopf eine Kugel eingefangen hat. Ich wusste, Yorinobus Plan würde schieflaufen. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ha! Arasakas Premium-Tag hat echt die Straße erreicht. Du musst den Biochip aus meinem System entfernen. So einfach ist das nicht. Komm schon. Du hast das Teil gebaut, oder? Also, wo ist das Problem? Wenn du die Wahrheit sagst, dann trägst du eine neue, experimentelle Version des Biochips. Man kann sie nicht einfach rausreißen. Mein Ripper meint... Hast du das einen verfickten Straßendock gezeigt? Wer weiß noch davon? Ich brauchte Hilfe. Oder dachtest du, ein Kang-Tao-AV abzuschießen, wäre mein erster Gedanke gewesen? Was macht diese Version anders? Ein anderes N-Gram? Mit etwas mehr... Bewusstsein? Aggressivität? Der Biochip ist das einzigartige. Nicht Silverhands N-Gramm. Der Vorgänger wurde nur dazu benutzt, mit vorgespeicherten N-Grammen zu kommunizieren. Und er war verdammt selten und hat ein Vermögen gekostet. Ja. Der hier ist sogar noch seltener. Er soll ein N-Gramm in einem neuen Körper installieren und aktivieren. Als ich Arasaka verlassen habe, war das Projekt noch in der Testphase. Na los. Sag was. Irgendwas. Willst du mehr über deinen Zustand erfahren? Was kostet die Unsterblichkeit? Wer könnte sich so eine Tech überhaupt leisten? Niemand. Das Modell sollte im Haus bleiben. Die Anfertigung des Prototyps war Saburo Arasakas direkte Order. Er beaufsichtigte das Projekt höchstpersönlich. Also hätte ohne Yorinobu niemand je davon erfahren. Und ohne dich wäre das Projekt nie ein Erfolg geworden. Das ist wahrlich ein Durchbruch. Na los. Sag was. Irgendwas. Willst du mehr über deinen Zustand erfahren? Wie genau sollte diese neue Version denn funktionieren? Wolltet ihr, dass das N-Gramm Leute aus ihrem eigenen Körper schmeißt? Ist er scheiß beabsichtigt? Während der Test gingen wir davon aus, dass der Wirt während der Implantation neural unbeteiligt sein würde. Du meinst tot? Ja. Was das, was dir passiert ist, umso interessanter macht. Wenn man erstmal merkt, dass die Software im Hintergrund abgestürzt ist, ne? Fürs Mic. Na los. Sag was. Irgendwas. So. Hallo. Ah, jetzt geht's wieder. Yes. Ja, ja, toll. Deine Tech funktioniert. Jetzt hol sie raus aus mir. Wie an? Ich muss sie mir erst ansehen. Langsam. Wir kennen uns kaum. So schnell vertraue ich dir nicht. Wie hast du dir das sonst vorgestellt? Wenn du willst, dass ich dir helfe, muss ich dich erst untersuchen. Okay. Unglaublich. Sieht aus, als ob... Kann ich fassen, dass ausgerechnet dieser Anzug uns helfen wird? Oh, verdammt! Was? Was ist? Was für ein Jammer, dass ich ihn nicht näher untersuchen kann. Ah, scheiße. Du hättest auch sein Versuchskaninchen sein können. Sag mir, wie ich ihn loswerde. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Dein neurales Netzwerk ist vollständig verkümmert. Ohne den Chip kann es nicht mehr funktionieren. Ich könnte dir allenfalls... Woho, Zeit zum Falschen, Baby. ...ein gutes Hospiz in Schweden empfehlen. Dort würde man dich durch die letzten Abschnitte begleiten. Die Schmerzen minimieren. Moment, du meintest, das Projekt war in der Testphase. Du weißt also nicht, wie es enden wird? Doch. Ich habe gerade gesehen, wie das Konstrukt dein Gehirn verschlingt. Es ist dazu programmiert, seine neue Umgebung zu dominieren. Um jeden Preis. Und dein kleines Matschhirn ist hilflos dagegen. Also, wird das ein Gramm? Früher oder später? Siegen? Ja. Und von dem, was man sich über Silverhand sagt, scheint das genau sein Stil zu sein. Sieht aus, als wäre ich zu einer Arasaka-Legende aufgestiegen. Was genau geht in meinem Kopf vor? Sag du mir das. Wie ist es so, zwei Persönlichkeiten zu haben? Ist ja nicht so, als würdest du Stimmen hören. Du bist gleichzeitig du selbst und Silverhand. Ich kann ihn sehen und mit ihm reden. Ihr redet nicht. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Hast du bemerkt, wie das Konstrukt auf deine Entscheidungen Einfluss nimmt? Jetzt reicht's aber. Was meine Entscheidungen angeht, ist Johnny nicht mehr als eine Stimme in meinem Kopf. Er mag andere Meinungen haben, aber er hat keine Kontrolle über mich. Stimmt, absolut. Du bist echt ein verdammt sturer Wirt. Keiner von euch gewinnt die Debatte. Die Ansichten verlagern sich nur, langsam aber sicher. Wie meinst du das? Du wirst langsam Dinge tun, die unvorstellbar waren. Zumindest für dein altes Ich. Und du weißt ganz genau, wie er drauf war. Ein Fanatiker. Ein Terrorist. Ein Selbstmordattentäter. Du ein Wechser. Und ich soll dich angeben, wie ich mal ignorieren wollen? Darum halte ich es für besser, dass du in diesem Stadium klinische Isolation in Betracht ziehst. Wenigstens hat Johnny sich nie wie du für Geld ficken lassen. Verteidigst du ihn? Oder ist das Johnny, der da spricht? Lass mich raten. Er hat schon versucht, deinen Körper zu übernehmen. Oder? Nur für einen... Würdest du das? Könnte lustig werden, Johnny. Ich mach nur Spaß, aber pass auf. Der Anzug versucht dich zu belabern. Weißt du was? Das reicht jetzt. Willst du nur Zeit schinden? Weil es momentan so klingt, als wolltest du mir erklären, dass du nutzlos bist. Ich meine, in dem Fall kann ich dir einfach ins Hirn schießen und uns beiden Zeit sparen. Na endlich. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wenn du mit mir zu Kang Tao kommst. Versuchen reicht nicht. Ich glaub fast, du willst dich bei den Chinesen einschleimen. Auf meine Kosten. Weißt du überhaupt, wie viele Daten in deinem Kopf sind? Selbst wenn ich dir nicht helfen kann, muss ich die Daten retten. Ja, fick mich und gib mir Tiernamen. Der Typ hat gerade zugegeben, dass du recht hast. Vergiss Kang Tao. Hast du noch andere Ideen? Wenn du meinst, jemand anders könnte dir helfen, dann könnte ich dir die Blaupausen geben. Vollständige Dokumentation des Projekts. Kang Tao hat mir ein großzügiges Angebot dafür gemacht. Du hast sie bei dir? Muss er ja. Ohne die ist der Flachwichser wertlos. Wie? Takemura? Was macht er hier, verdammt? Er hat selbst noch ein paar Fragen an dich. Wenn du nett bist, rettet er vielleicht sogar deinen Arsch. Ich bin fast fertig. Los, die Blaupausen! Besser als nichts, sofern wir jemanden finden, der das Techgeblubber versteht. Was willst du mit ihm machen? Das weiß ich noch nicht. Meinst du das ernst? Du kennst mich. Ich kann sehr spontan sein. Er gehört ganz dir. Ich lasse euch beide allein. Ich hoffe, wir können uns einig werden. Das ist in deinem besten Interesse. Ich überspringe mal den technischen Teil vorab einschätzen in Projektzusammenfassung. Im Gegensatz zur Relic 1.0 ist die neueste Version des Biochip-Prototyps nicht nur zur Speicherung eines digitalisierten Enneagramms. Enneagramms zu einfachen Kommunikationen gedacht. Es handelt sich vielmehr um ein verbessertes Persönlichkeitskonstrukt, das eigenständig funktioniert und die Implantation in einen anderen biologischen Wirtskörper ermöglicht. Das verbesserte Persönlichkeitskonstrukt von Relic 2.0 bewahrte den Großteil der kognitiven und virtualisierten motorischen Funktionen des Probanden. Erste Tester gab eine Emotionsleistung von 75% Konformität. Hinweis, wir interessieren uns nur für die Matrix-Kohärenz des Konstrukts, nicht für seine wahrgenommene Authentizität. Während die Willensleistung zwischen 80 und 90% konformität schwankt. Der Erfolg des verbesserten Engramms ist vor allem die Verwendung experimenteller Polyglykolstrukturen und neuartiger Kunststoffgranulat-Neuronen-Replikatoren innerhalb der Pseudomatrizen geschuldet. Siehre Abschnitt, schieß mich tot. Voraussetzung für die Aktivierung von Relic 2.0 ist die vollständige Abschaltung der Vitalfunktion des Wirts. Hm, nice. Hirntod, Herzstillstand. Das Engramm kann sich nur nach vollständiger und unumkehrbarer Stilllegung der Nervenaktivität einnisten und den Körper übernehmen, neu hochfahren. Klinische Tests mit Probanden, die kurs vor dem Tod standen, blieben nach Aktivierung der Gesundheitsfunktionalität des Relic erfolglos. In Fällen, da Probanden klinisch tot waren, wies der Biochip vor dem Abschluss viele versprechende Anzeichen von ersten Aktivitäten auf. Die Identifizierung der Gründe für diese Fehlfunktionen trotz der Erfüllung sämtlicher technischer Voraussetzungen wird der erste Schritt zum Durchbruch sein. Das heißt, die vollständige Aktivierung des Relic 2.0-Konstrucks in einem entsprechend vorbereiteten organischen Wirtskörper. Okay, das bedeutet, wir waren ja quasi tot. Na, er hat uns dann ins Gesicht geschossen und der Biochip hat den Schuss nicht irgendwie kompensiert. Wir waren tot und Silver hat quasi unseren, war die neue gebootet, kann man sagen, unser Hirn. Krass. Wie? Das werde ich nicht vergessen. Ach, diese Hitze. Meine Kehle ist ganz ausgetrocknet. Ah, hat V dir nicht mal ein Glas Wasser gegeben? Inakzeptabel. Unmenschlich. So bin ich nicht, dass wir es noch sehen. Von mir bekommst du eimerweise. Nein, es geht schon. Schön Waterboarding. Scheiße. Zieh dir das hier mal rein. Ach, diese Wichser. Und du bist echt paranoid. Siehst du denn nicht, wie die Konzerne unsere Welt Stück für Stück zerstören? So blind kann doch keiner sein. Was immer du sagen willst, sag's. Dir frisst doch was am Kot. Das merke ich. Ich wüsste gerne, wie du tickst, damit ich weiß, mit wem ich's zu tun habe. Erst dachte ich, du hattest einfach nur Pech. Aber jetzt weiß ich, was dein eigentliches Problem ist. Du warst ein Kind der Badlands. Die Familie war alles, was du hattest. Aber in NC bist du ein Niemand. Das Beste, was du noch kannst, ist von Scavs klauen. Du bist so ein Arschloch. Und du ein Haufen Scheiße. Vielleicht passen wir doch ganz gut zusammen. Du weißt ja viel über meine Vergangenheit. Naja, ich seh Bilder aus deiner Vergangenheit. Genau wie du aus meiner. Ich hab echt Angst davor, deine Erinnerungen irgendwann für meine zu halten. Scheiße. Wenn das in beide Richtungen geht, werde ich damit leben müssen, dass mich der große Dexter D. Sean gefickt hat. Wie lebt es sich so in meiner Haut? Naja, das meiste ist entweder zu groß oder zu klein. Und deine Hormone sind ein Albtraum. Außerdem nervt die Verzögerung zwischen Sehen und Fühlen. Wenn du von einer Pizza abbeißt, merke ich erst nach Ewigkeiten, dass du dich verbrannt hast. Und ich hab früher keine fünf Minuten ohne Zigarette überlebt. Ich brauch echt Nikotin. Glaub, ich gewöhne mich langsam dran. Aber toll ist anders. Werde ich denn was merken? Oder wird es eher so, dass ich mich frage, wovor ich eigentlich Angst hatte? Du verlierst dich selbst. Mehr weiß ich nicht. Das Schlimmste, was ein Mensch erleben kann. Sag mir doch einfach, was du willst. Was du wirklich willst. Hilf mir einfach, meine Rechnung mit Arasaka zu begleichen. Das ist alles. Du willst Arasaka zerstören und begraben. Ich will alles. Nur nicht unter die Erde. Wir haben beide unsere Ziele. Und sie passen gut zusammen. Du brauchst Mikoshi, um dein Leben zu retten. Ist das erstmal erledigt, mache ich den Laden platt. Wo wir wieder bei deinem Kreuzzug gegen Mikoshi und das System wehren. Okay. Ich sag dir, warum ich Arasaka stürzen will. Aber nur einmal. Willst du's hören? Schieß los. Ich hab erlebt, wie Konzerne den Bauern Wasser und Land geklaut haben. Ich muss damit ansehen, wie sie Night City in einen hoffnungslosen Ort voller zerstörter Träume und leerer Taschen verwandelt haben. Konzerne kontrollieren uns. Nehmen sich, was sie wollen. Neuerdings sogar unsere Seelen. Hast wohl recht. Da kann ich nicht widersprechen. Wie? Ich erklär doch keinen Krieg, weil mir der Kapitalismus auf den Sack geht. Oder ich längst vergessenen Zeiten nachweine. Dieser Krieg ist ein Bürgerkrieg gegen ein System, das außer Kontrolle geraten ist. Ein Kampf gegen das ganze Scheiß-System der Entropie. Kapierst du's nicht? Ich tue, was sein muss, um die aufzuhalten. Wenn ich töten muss, töte ich. Und wenn ich deinen Körper brauche, nehme ich ihn mir verdammt nochmal. Oh, okay. Scheiße, verdammt. Wir müssen... Du kapierst das nicht. Aber das wirst du noch. Ja, ne? Mega. Einfach mega. Ich bin dafür, wir machen noch eine Delaman-Quest, während wir darauf warten, dass Hakamura seinen Scheiß zusammenkriegt. Und dafür machen wir eine Schnellreise. Äh, hier. Da hätten wir die Quest ja auch mal fertig. Bin immer noch auf dem Stand, dass ich immer noch ein bisschen mich rein spielen muss, weil ich absolut kein Maus-Gefühl habe. Hallo, Elisabeth hier. Wir kennen uns noch nicht. Mein Mann und ich brauchen Hilfe bei einer heiklen Sache und ich dachte, du kannst vielleicht helfen. Darf ich fragen, wer ihr überhaupt seid? Du und dein Mann? Am Telefon möchte ich ungern ins Detail gehen. Bitte komm vorbei, dann besprechen wir alles Weitere. Wie gesagt, die Sache ist etwas heikel. Und warum ausgerechnet ich? Gibt's einen Grund? Du wurdest uns empfohlen. Von wem? Das sag ich lieber nicht am Telefon. Können wir uns vielleicht treffen, um weiteres zu besprechen? Ja, treffen wir uns. Ich schicke dir die Adresse. Bis dann. Und stehen wir direkt in irgendein Ding ins Reingespr... Reingeslided. Familie. Panam Palma. Ach, Panam, Mensch. Ey, ich hab ganz viel nachgedacht in letzter Zeit über den ganzen Kram mit Soul, über Mitch und Skorpion, über die Familie, die ich hatte, die ich verloren habe. Verlassen? Ich dachte nicht, dass das alles so kompliziert sein würde. Ich verstehe nicht, was mit mir los ist. Ich bin hier in der Stadt und kann machen, was ich will, aber scheiße, bin ich wirklich frei? Wenn ich mein altes Leben nur hinter mir gelassen habe, weil nicht alles so war, wie ich es wollte, dann laufe ich doch immer bloß davon. Verstehst du, was ich meine? Äh, okay. Vielleicht hat er Mitch recht und du sollst zurückgehen. Das alles ein für allem erklären. Und selbst wenn... Und was ist mit Soul? Ich kann ihn nicht ändern. Und ich kann nicht ändern, was ich von ihm halte. Also bitte halte mir keine Vorträge oder Kompromisse. Das wollte ich nicht, aber glaub mir, man kann auch mit jemandem leben, mit dem man nicht immer einer Meinung ist. Das klingt vielleicht cheesy, aber es stimmt. Du wirst das schon sehen. So, jetzt bin ich hier wieder in irgendwas Neues reingestolpert. Gefahr sehr hoch. Gefahr sehr hoch. Ich bin hier in einem Gebiet, wo ich richtig auf den Sack kriege. Warum habe ich einen schönen Levelaufstieg? Wer sich übrigens fragt, warum ich nach 63 Spielstunden erst 18% Spielvorschritt habe, der kann ja mal oben links in die Ecke einen Blick reinschmeißen. 46er Streetcred. Also ich habe sehr viele, ich dachte, man könnte die Karte komplett clearen. Das heißt, also diese NYC, NYPD, glaube ich, ist es. Also quasi diese Aufträge der Polizei, wenn man da quasi lokale Verbrechensherde bekämpft, dass man das auch komplett clearen könnte. Aber es setzt sich immer wieder zurück. Wusste ich aber nicht und habe da schon über zur Zeit investiert. Ja. Und das ist dann das, woraus jetzt, wie es jetzt hier aussieht. So. Ich brauche den höchsten Techie-Rang, ne? Damit ich eigentlich mal Waffen herstellen kann. Ich weiß halt nicht, ob wir jemals nochmal eine Tischwaffe nehmen. Was könnten wir eigentlich auch mal machen? Ich weiß halt nicht. dass nochmal irgendwann interessant wird. Irgendwo könnte man, glaube ich, sehen, was für ein Technik-Rang man schon hat und wie der heißt. Ach so. So. Das ist halt schwierig, ne? So, weshalb bin ich jetzt eigentlich reingegangen? Ich weiß nicht mehr. So, also ursprünglich wollte ich jetzt hier sehen, zu. Sollte ich gerade Radio anmachen. Ich schicke Ihnen die Koordinaten eines Fahrzeugs, das in Ihrer Nähe verschwunden ist. Danke. Ich halte die Augen auf. Ich bedanke mich für den Job.